Oh Mann, wir müssen ja jetzt wieder in normalen Klamotten rumrinnen. Oh, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Was gibt's denn Neues? Erzähl mal. Ja, so richtig viel erlebt habe ich nicht. Ja, ich muss husten. Darf man jetzt schon wieder husten? Ist das schon wieder okay? Boah, ey, Morspitz schaffe ich nicht mehr. Ich bin komplett fertig. Ich bin komplett fertig. Hör mir auf. Ich bin fertig. hör mir. Okay. Bye.